Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich in meinen neuen Räumlichkeiten in der Heckelstraße 10 in Magdeburg. Und für die, die mich kennen, auch noch mit neuer Frisur. Seit dem 01.04.2014 firmiere ich als Katrin Gleich Hauptagentur und Gruppenversicherungsbeauftragte der Ergo Beratung und Vertrieb AG. Sie erhalten von mir persönliche Betreuung, kompetente Beratung und Hilfestellung in allen Versicherungsbereichen, wie zum Beispiel Haftung, persönliche und betriebliche Altersversorgung und für den Fall, dass Sie krank oder berufsunfähig werden könnten. Die speziellen Themen und Konditionen der Gruppenversicherung für Freiberufler und Firmen bleiben auch weiterhin mein Hauptanliegen und meine Kernkompetenz. Was nach 20 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich sicherlich auch erklärlich ist. Und nun möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Besuchen Sie uns hier und lassen Sie uns einen Termin bei Ihnen vor Ort ausmachen. Stellen Sie Ihre Fragen, lassen Sie sich beraten und fordern Sie uns. Ich freue mich darauf.